Hallo liebe Pop-Tech-Freunde von digital.meas.real.com. Heute kurz ein Update. Das Jahr wird noch sehr spannend. Morgen geht es sofort los am 8.05. hier in Berlin mit dem Meetup Smart and Digital Building. Wir haben sehr spannende Referenten, unter anderem Markus Weigold von diesem Sommer, aber auch viele andere. Dann geht es direkt weiter am 24.05. auch hier in Berlin bei Signals zum Thema Smart Real Estate, Blockchain, IoT and Data. Auch mit spannenden Vorträgen, wie zum Beispiel mit Hannah von Kiwiki, aber auch Achim von Vibre. Sehr spannende, sehr spannende Leute. Ihr könnt euch immer noch unter digital.meas.real.com kostenlos anmelden. Und dann kommt eben das Highlight am 25. Oktober, das Online-Summit The Next Level. Ist ein Online-Summit und dann feiern wir in sieben Städten dann abends um 20 Uhr vor Ort, um sich auch nicht digital zu vernetzen. Wir werden auch im Rahmen des Summits abends die PropTech-Influencerin geküren. Wie gesagt, freue ich mich schon sehr drauf. Und wir werden auch das Buch Digitale Immobilienkommunikation The Next Level vorstellen. Also es wird sehr viel los. Aber das sind nur drei kleine Sachen. Wir werden das ganze Jahr noch über jeden Monat Events machen, Vorträge, Meetups, Webinare, Publikationen etc. Ich freue mich sehr. Guckt auf digital.meas.real.com drauf. Da findet ihr alle aktuellen Termine. Tragt sich in den Listen ein, bei LinkedIn, auf der Online-Seite, bei Xing, bei Facebook, überall. Ich freue mich sehr. Und wir sehen uns hoffentlich bald auf den Events oder auch online überall. Danke. Danke.